Hallo, tschüss. Können wir einen Pilz bekommen für... Willst du keinen Weizen? Ein Pilz und ein Weizen bitte, wenn das geht. Zwei Pilze, ein Weizen. Weizen im Glas, Pilz nicht, wenn das möglich ist. Ich kann das nicht mal durchreichen. Danke sehr. Dahin, zur Pommesbude. Mit dieser exzentrischen Musiker hier, mit ihren Extrawünschen. Sind wir bereit? Ja. Guten Tag, willkommen im Saat. Kein Schritt auf mich zu, lass alle in Ruhe, hängst von der Decke herum. Häng dir da mal wirklich um, Mensch, ich höre direkt im Tod. Häng dir da mal wirklich um, Mensch, ich höre direkt im Tod. Häng dir da mal wirklich um, Mensch, ich höre direkt im Tod. Ja, aus hohem Geschenkissen sehen und du tut die Konfrontation Dein Problem ist nur und nur, du sagst du eigentlich ganz los Keine Klugen zu fragen, schon generell nichts zu fragen Nimm's immer schlecht, während du dich erbricht Gehen wir nicht alle nach nirgendwo Und sterben sowieso, denn du das System und du suchst dich nicht mehr ganz los Ich hab mir mal diese Frage gestellt Was tut ihr sonst so, wenn ihr euch nicht grad gegen seid, mich heute hat erzelt Was stellt ihr mit euch statt, mit all eurer Zeit Wir passen hier für dich alle ein Kurz und halt das ganze Leben lang Dein ganzes Leben lang Das ganze Leben lang Kommt endlich an Wir sehen uns da, wo ist dann Bis zum nächsten Mal.